Meine Damen und Herren, mancher mag sich heute an Weihnachten vor 40 Jahren erinnern. So, jetzt lasst euch mal überraschen. Es ist Advent und Weihnachtsstern erleuchten. Hui! Bibi, glaubst du? Na, was geht's? Oh, Mann, ja, muss bestraft werden. Oh, ja, ja. Mich bestrafen. Ah, ich verfluche euch. Ich meine Hexen, na, warte. Der Hexenfluch, ein total hexisches Abenteuer mit Bibi Blocksberg auf Kiosk Hörspielkassetten. Hui! Bibi Blocksberg, zeig uns ein neues Spiel. Klar doch. Hex, hex. Und weg ist die Langeweile. Ene, mene, Zauberspiel. Würfel, sechs und geh ins Ziel. Dreimal Schwarzer Kater. Ein verhextes Würfelspiel mit Bibi Blocksberg. Neu von Kittwan. Und zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Umsaal. Auf Wiedersehen. Entschame. Vielen Dank. Vielen Dank.